Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Ad mit DDD ohne T. Willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute Homespeed Home spielen. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit diesem Spiel. Und zwar handelt es sich hier um einen thailändischen Horrorspiel, zumindest von thailändischen Entwicklern entwickelt. Es ist irgendwie so eine Art wie Outlast, also falls es jemand kennt, es ist so ähnlich aufgebaut. Also mit Verstecken und versuchen irgendwie hier rauszukommen. Wir gehen natürlich auf New Game. Ich habe vorhin schon mal kurz gestartet, um zu schauen, ob es nicht laggt. Und zweitens um zu schauen, ob man mich sieht bei der Dunkelheit. Und jetzt habe ich die perfekte Einstellung hoffentlich. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich schon rein. Honey, wake up! Oh, mein Kopf tut. Hm, zu viel Blödsinn war letzte Nacht. Es ist heute Nacht, Baby. Oh, okay. Ich bin auf. So. Jan, ist das du? Woher bin ich? Jetzt auf jeden Fall die thailändische Schrift, ist schon mal? Ich dachte, Jane war hier, aber... Never mind, ich muss nach Hause kommen. Ja, ich will auch nach Hause. Ich frage mich nur, wie wir hier hingekommen sind, ja. Und was sind all diese Dinge? So, bisher hin... ...hab ich es vorhin schon gespielt. Hm, ein Flashlight. Cool. Ja, und... ...das war es dann auch schon. So, so kann man auf jeden Fall sich ducken. Ich mag nur nicht, kann man irgendwie ja seine Tasten ändern? Schade. Weil ich bin nicht von Battlefield gewöhnt, mit F zu ducken und mit Q zu rennen. Keine Ahnung, das habe ich mir schon, seit ich noch jünger war, angewöhnt. So, hier läuft auf jeden Fall diese... ...Gebets... ...oder, wie sagt man das hier? In Deutschland weiß ich gar nicht, aber... ...ja, wie so eine Gebetsansage... ...in Thailand... ...was hier aus... ...und dem Radio kommt. Wird auch oft in Horrorfilmen benutzt, manchmal einfach. Ja. Okay. Hier haben wir eine Zeitung. Da steht hier drauf. Na? Ja. Student. Äh, okay. Nicht so wichtig. Die können wir hier mal raus. Hier. So. Brauchen wir... Ah, ja. Oh. Jetzt mach ich immer wieder die Taschenlampe aus, weil ich denke, F ist ducken. Ist es aber nicht. Was passiert jetzt? Es ist schrecklich hier. Schrecklich. Alter. Na dann? Was ist los mit dir? Hey! Kannst du mich hören? Robert. Shift. Ja, genau das hasse ich. Mit dem Rennen. Das habe ich eigentlich immer auf Q. Ich komme da überhaupt nicht zurecht mit meinem linken Finger. Alter. Alter. Soll ich die quietschende... Hallo? Hallo? Ist der einfach nicht interessiert? Ist der einfach nicht interessiert? Bratan? Wie? Es kommt hier ein Jump-Scare. Wohin? Was? Das ist Blut! Was ist hier passiert? Wo ist der Exit? Hey, du! Hey! Bratan! What the fuck is this? Was muss ich denn machen? Ah, hier ist die Tür. Bruder, wo ist los? Alter! Bruder! Nee! Bitte nicht! Ah! Ich glaube, ich habe gewonnen. You continue. Warte mal. Oh! Hä? Hey, du! Kann ich dir was fragen? Bratan, was geht ab? Oh mein Gott! What the fuck is this? Also... Shit! Hier ist eine neue Tür. Hier ist eine neue Tür. Das muss ich mal hier reinnehmen. Ist wie bei Outlast. Also Outlast muss man sich ja auch immer bei solchen Spinden verstecken. Was ist das denn? Ach, durchrennen können wir auch gehen, oder was? Was ist das? Kann ich das auf? Nee. Verdammt! Wo bin ich denn? Wo ist der Weg raus? Ich kann es nicht öffnen. Es ist gezwungen. Vielleicht kann ich etwas finden, um es zu lösen. Kommt ihr jetzt raus? Nee. Ruf weg, rennt nicht. Es war alles gut, Patern. Hallo? Hallo? Was ist das Geräusch? Was ist das Geräusch? Du bist ein Schuh, Alter! Wieso kannst du nicht rennen? Du bist kaputt, oder was? Warum ist es so ruhig? Was ist das Geräusch? Okay. Was ist das Geräusch? jetzt passiert ja, war doch weh Ich treffe wenigstens das Klo, man. Und knall dich so die Tür zu. Das macht man nicht. Da tue ich immer noch kriechen hier. So jetzt haben wir hier, wie nennt man das? Eisenstange. Damit sollten wir es noch aufkriegen. Bei Brattern machen wir ein bisschen schneller. Was ist das? Das ist so leer. Das ist so leer. Oh, Junge. Alter. Ey, Brattern! Warum weinst du? Bratina! Weh, jetzt kommt irgendwie so ein scheiß Jumpscare. Ich raste aus. Was? Okay. Hör doch mal auf, immer zu kriegen, Mann. Da. Oh, ich bin so leer, wenn ich jetzt bin da. Oh! Oh! Ich leerein! Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen, kann ich doch raus? Ja What the hell? Oh Das ist schon spinnend, Alter, ich rast auch aus Was ist da? Was ist er? Das ist das Ding, du hast die Tür zuintroduer. Nee. Ob ich rausgehen kann? Danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Fuck! Kommt ihr jetzt? Alter Schwede. Was holt denn ein Pieck? Hä? Was soll ich denn machen? Ah! Ich hab was gehört! Ich hab was gehört! Ich hab was gehört! Was soll ich machen? Ich muss mich verstecken! Ich muss mich verstecken! Nein! Ich hab ganze Haut! Schaut, dass man sich sehen kann! Oh, dieses Geschrei! Und ich würde sagen, wir machen das nächste Mal dann dort weiter, wo wir gestorben sind. Ich weiß aber nicht, wie lange das Spiel jetzt noch geht, weil das ist nur die Demo-Version. Ich wollte erstmal schauen, ob das Spiel gut ist und gruselig. Aber es ist es auf jeden Fall. Und ich überlege mir, ob ich es mir kaufe oder nicht. Mal sehen. Es sollte auch bald einen zweiten Teil kommen sogar. Also es wäre vielleicht sogar, glaube ich, schlecht, wenn wir jetzt den ersten Teil spielen und dann den zweiten Teil. Mal sehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall hinterlasst mir gerne unten Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Wie immer könnt ihr mich kostenlos abonnieren und wir sehen uns das nächste Mal am Samstag. Macht's gut! Ciao!